Wir sind hier in der Schule und ich hab den nicht gesagt, setz! Wo sind wir in der letzten Stunde stehen geblieben? Bastian, mach doch den Mund so. In der Schule will ich nicht gehen, sag mir lieber, wo wir stehen geblieben sind. Dein Tennerlehrer. Gut, dann zähl mal bis zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kannst doch selber von hinten zurück, dann zähl mal umgekehrt. Ohne Lehrer. Eins, zwei, drei. Du bist ein Esel. Na, hink ich dir auf die Eselspanne. Wenn ich dir zehn Äpfel gebe und du nicht deinen kleinen Bruder teilen sollst, wie viele bekommt dein kleiner Bruder? Eine. Du bist eine Liede. Du kannst nicht rechnen. Schon rechnen, aber mein kleiner Bruder noch wenig. Ein anderes Perchkirchen. Wie viel ist neunmal, Rudi? Einundzwanzig, Herr Lehrer. Achtzehn, du dummkopf. Immer das Doppelte. Wenn ich in einer Hosentasche hundert Kronen habe und verliere fünfzig davon, was habe ich da in der Hosentasche? Okay, Lehrer. So siehst du aus. Du, wie ein Esel, aber frech wäre die Wanze. Sowas frecht mir noch nie unter den Kommen. Setzen! Christian. Warum schützt du Hühnern aus den Eiern? Weil sie Angst haben, dass sie mit der Hosentasche lehren. Dass sie nicht zu fassen sind, wir im Eiern aus wechseln. Zu sie. Den letzten Aufsatz, in dem Grundhaus gewöhnt werden, von deiner Schwester abgeschenkt wird.